Game beginn! Ja, jeden Tag ein Video. Ja. Da habe ich mich ja auf was eingelassen. Ich meine, jeden Tag joggen ist das eine. Ich kann ja jeden Tag die gleiche Strecke noch mal laufen. Aber ich kann ja nicht jeden Tag den gleichen Film machen. Aber ich habe eine Idee. Und zwar, ich verlinke euch das Buch unten in den Videobeschreibungen. Die Idee von Gary Vaynerchuk zu dem Thema ist Stop Creating. Einfach dokumentieren, was den Tag über passiert. Und was tut man am besten, um einen mentalen Blog oder einen kreativen Blog zu umschiffen oder zu überwinden. Immerhin bin ich ja angetreten, um jeden Tag ein Video zu machen. Also machen wir auch heute ein Video. Denn immerhin haben wir ja gelernt, always be closing. Always be closing. Ja, ich wollte mir das noch auf den Arm tätowieren lassen. Aber vielleicht... Also heute Morgen waren wir auf dem Spielplatz. Wir wollten noch mehr Anschwung. Und jetzt eine Runde laufen, ist ja klar. Und dann sind wir an die Ostsee gefahren. Denn das Beste, was man tun kann, wenn man so einen mentalen Blog hat und nicht so richtig weiß, wie man da durchkommt, dann sollte man sich den Kopf durchpusten lassen von frischer Ostseeluft. Denn mal los, ne? Dann sind wir zurückgekommen und... Naja, jeden Tag ein Video. Die nächste Woche wird auf jeden Fall wirklich krass. Es ist eine ganze Menge los. Und insofern ist es, glaube ich, heute mal okay, einfach seine mentalen Kräfte zu triggern und zu trainieren. Insofern, als dass man einen Weg finden muss, auf jeden Fall das tägliche Video abzuliefern. Es ist jetzt nicht das große Stück Kunst geworden. Aber... Tägliches Training ist tägliches Training. Und insofern würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.